Platz 3, Platz 2 und Platz 1 bei der Missfall 2010. Alle haben ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Gibt es keine Verlierer, heute gibt es nur Gewinner. Ja, es gibt sicher nur Gewinner. Wie war es denn heute Abend? War es spannend, war es aufregend? Hat es auch Spaß gemacht? Sehr viele waren nervös, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann kommen wir natürlich zur Siegerin Nina. Herzliche Gratulation auch von unserer Seite. Wie fühlt man sich denn jetzt als neue Miss? Hättest du da mitgerechnet? Nein, natürlich hätte ich nicht damit gerechnet. Ich freue mich natürlich sehr, die Nachfolgerin von Lisa zu sein dürfen. Und ja, ich freue mich auf dieses Jahr. Und was steht jetzt heute Nacht noch an? Wird noch ordentlich gefeiert? Ja, ich denke schon.